Gerade erst hat die Commerzbank einen Reverse-Split hinter sich gebracht und dabei zehn alte Aktien zu einer neuen zusammengelegt, da konnten die Titel diese kosmetische Verschönerung schon gut gebrauchen. Unter 10 Euro rutschten die Papiere Anfang der Woche, ohne die Zusammenlegung läge die Commerzbank nun also auf Penny-Stock-Niveau. Anlass des jüngsten Kursrutsches, mal wieder die Kapitalerhöhung. Angekündigt hatte die Commerzbank diese Maßnahme zwar schon vor einer Weile und damit den Finanzmarkt schon ziemlich verstimmt. Allerdings hatte man dabei noch keinen konkreten Zeitpunkt und Preis genannt. Nun gibt es die Details. Der Bezugspreis liegt bei 4,50 Euro, also nicht mal bei der Hälfte des aktuellen Kurses. Das Bezugsverhältnis für die Aktionäre liegt bei 21 zu 20. Für 21 alte Aktien können also 20 neue gekauft werden. Insgesamt werden 555,56 Millionen Aktien neu ausgegeben. Die Bezugsrechte werden vom 15. bis zum 24. Mai gehandelt. Die Aktie hatte bereits zu Wochenbeginn auf entsprechende Presseberichte verschnupft reagiert. Warum eigentlich? Börsianer zeigten sich schließlich nicht allzu überrascht. Die Aktionäre erleiden natürlich wieder mal bei der Commerzbank eine Kapitalverwässerung. Sie sind leidgeprüft und da weiß man auch nicht so richtig, wer bestimmt. Im Moment den Kurs sind das womöglich Hedgefonds, die den Kurs runterprügeln, um sich billig einzukaufen. Man sollte es für die Aktionäre der Commerzbank hoffen, denn das hieße ja, dass es in Zukunft dann wieder aufwärts geht. Für die Zukunft der Commerzbank zeigt sich der Bankenexperte aber durchaus optimistisch. Sine Obligo, also ohne jegliche Verantwortung, bin ich für die Commerzbank sehr positiv eingestellt, was die Zukunft angeht. Sie hat in Deutschland ein sehr interessantes Geschäftsfeld im Mittelstand bei den Privatkunden. Und sie ist die zweitgrößte Bank. Sie ist bestens vertreten. Sie hat Einsparpotenzial auf der Kostenseite. Das wird im Moment auch genutzt, kostet aktuell Geld, bringt hinterher aber Geld. Also von daher bin ich eigentlich positiv eingestellt. Doch Vorsicht! Die Commerzbank ist seiner Ansicht nach... Nichts für schwache Nerven. Positive Einstellung alleine reicht nicht. Denn man kann sich ja auch irren. Das heißt nur, dass die Verteilung nach oben wie unten sehr breit gestreut ist. Ich setze mehr auf die nach oben. Die Commerzbank und die Kapitalerhöhung. Eine Geschichte, die den Markt nicht gerade erfreut hat. Aber immerhin dürfte das Kapitel nun bald abgeschlossen sein.